Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus1. In letzter Zeit kam öfters der Wunsch, ich soll doch mal meine SEK-Polizistensammlung zeigen und das mache ich heute in diesem Video. Ich habe insgesamt 15 Stück aus den verschiedenen Sets, wie dem Mannschaftswagen, dem SEK-Einsatztruck, dem Helikopter und anderen. Das sage ich euch dann später, wenn ich euch die einzelnen Figuren vorstelle, aus welchem Set die jeweils stammen. Und die erste Figur, die ihr seht, die stammt aus der Polizeikommandostation mit einem Megafon, Pistole, Funkgerät und einer Schutzweste. Diese Figur stammt aus dem SEK-Einsatztruck mit einem Helm, mit Visier, einer Maske, Pistole, Funkgerät, Schnellfeuergewehr und einer Armbanduhr. Und diese Figur stammt aus dem Set mit dem taktischen Einsatzfahrzeug, mit dem Geländewagen. Die hat einen Helm mit Visier, eine Schutzweste, Schnellfeuergewehr, Pistole mit Holster und eine Maske. Und aus dem gleichen Set stammt diese Figur mit einem Helm, mit Nachtsichtgerät, mit einem Funkgerät, Schutzweste, Gewehr, Pistole mit Holster und einer Armbanduhr. Und die dritte Figur aus dem Set ist der Gruppenführer mit Kappe, Funkgerät, Schutzweste, Pistole mit Holster und einem Hund. Und hier haben wir den Piloten aus dem Set mit dem SEK-Helikopter, mit Helm, Visier, Funkgerät, Schutzweste, Pistole und einem Holster. Und diese zwei Figuren sind aus dem Mannschaftswagen, mit Helm, Visier, Schutzweste, Funkgerät, einem Schild, Schlagstock, Pistole und Holster. Und ebenfalls aus dem Set mit dem Mannschaftswagen stammen diese zwei Figuren, sind auch die Gruppenführer mit Schutzweste, Funkgerät, Pistole, Holster und einer Mütze. Und dieser SEK-Polizist stammt aus dem Special Plus Set. Er hat einen Helm mit Visier, Schutzweste, eine Türramme, Pistole mit Holster und einen Hund mit Leine. Und aus diesem Set habe ich meine vier riesen SEK-Polizisten selber zusammengebaut. Wenn ihr mehr Informationen darüber haben wollt, dann schaut oben in der Infokarte nach. Dort findet ihr einen Link zu dem Video, in dem ich euch zeige, wie ich die SEK-Riesenpolizisten selber zusammenbaue. Und hier seht ihr einen von den Vieren, ebenfalls mit Helm, Visier, Schutzweste, Schnellfeuergewehr, Pistole und Holster. Ich hoffe, das Video mit meiner SEK-Polizistensammlung hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter, teilt das Video und wie immer, schreibt ganz viele Kommentare unten rein. Und bis bald, bis zum nächsten Video, euer Serratus1.